Musik Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Uns geht es heute darum zu faken. Leute zu verarschen. Also Freunde zu verarschen. Und zwar wenn man einen Youtube Channel hat. Wie ich hier zum Beispiel. Hier mit meinem Youtube Channel. Das Beispiel. Und... Schaut doch mal hier oben. 124.637 Opponenten. Und 293.844 Aufrufe. Stopp. Das stimmt nicht ganz. Ich möchte euch heute mal zeigen. Wie ihr... Ähm... Das ändert. Beziehungsweise man sieht das dann. Wenn man hier... Ich mache es erstmal wieder normal. Ich bin ja noch nicht lange hier tätig mit Youtube. Also ich habe null Abonnenten. Und das ändern wir jetzt. Ich möchte mehr Abonnenten haben. Dann markiere ich Abonnenten. Mach rechtsklick. Element untersuchen. Dann sind wir hier. Bei dem markierten macht ihr wieder rechtsklick. Geht auf edit as html. Einmal. Scrollt runter. Dann steht hier null Abonnenten. Und dann schreibt ihr hier einfach... So... So. 283.483 Abonnenten. Dann schreibt ihr enter. Schließt oben rechts. Hier das kleine Kreuz. Schließt das. Und schon steht das hier. Und aufrufen wollt ihr auch mehr machen. Dann macht ihr genau das gleiche. Wieder rechtsklick. Element untersuchen. Und dann wieder hier auf das markierte. Edit as html. Edit as html. Jetzt machen wir aus den 29 Aufrufen. 294. Oder machen wir. 2942. 25536 Aufrufe. Oder wie man das aber machen nennt. Ist mir scheißegal. Dann hat man dann ein paar Aufrufe. Dann macht man ein Screenshot. Oder ruft die Vox Guide an. Und zeigt den Leuten das. Und dann sagt sie sollen mal auf dem Kanal vorbeischauen. Und dann gucken die. Wow, 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 wow. Wie habt ihr das gemacht? Eigentlich ein ganz leichter Trick. Um es nach viel aussehen zu lassen. Aber es ist wenig. Also. Ja. Man kann hier zum Beispiel auch. Was ganz unrealistisches hinschreiben. Ähm. So. Könnte ich hier zum Beispiel auch. Diese Zahl hinschreiben. Ups. So. Könnte ich hier zum Beispiel auch. So. Dann wäre ich aber wohl der beste YouTuber. Äh. Der Welt. Also der mit den meisten aufrufen. Und. Schaut euch das an. Das bin ich nicht. Oder mit Abonnenten. Ich finde das immer ganz lustig. So wollen wir die Leute verarschen. Ähm. Die die jetzt auf meinem Kanal rum. Um. Und da irgendwas gucken. Denken. What the fuck. Was geht denn jetzt ab. Was. Was. Was passiert auf diesem Kanal. Ähm. So hier. Hier guck mal. Ich bin bester YouTuber. Meisten Abonnenten. Meisten Aufrufe. Ähm. Ja. Das ist der Trick dabei. Man kann eigentlich unendlich machen. Das ist. Was. Geile. Man. Kann die Leute so richtig hart verarschen. Aber wenn man mit YouTube halt Geld verdient. Dann zählt es nicht. Dann kriegt man deswegen kein Geld. Man könnte hier zum Beispiel unendlich viele Nullen machen. Aber wenn man mit YouTube Geld verdient. Äh. Zählt das nicht. Das ist klar. Ja. Dann kriegt man kein Geld dafür. Für diese Aufrufe. Das ist natürlich. Ja. Siehst du jetzt steht schon hier hinten. Hier. Was geht. Hahaha. Ja. Jetzt lebt das bisschen zu lange. Also. Und so läuft es doch wieder weg. Ja. Müsst ihr halt aufpassen. Naja. Das war eigentlich schon alles was ich sagen wollte. Ich hoffe es hat euch gefallen. Wenn ja. Könnt ihr ja einen Daumen da lassen. Oder. Äh. Falls ihr meine anderen Videos sehen wollt. Und immer wissen wollt. Und wenn neue kommen. Einfach mal abonnieren. Vielen Dank. Ja.